Warte kurz. Hallo, mein Name ist Harry As Morgan. Ich bin Pornofilmregisseur und Produzent. Und Ektor. Und ich werde jetzt diesem Mädchen hier, dreh dich mal bitte um, Pinky, werde ich jetzt voll den Ding in den Arsch schicken. Umdrehen. Und dabei, während ich Pinky in den Arsch schicke, zu dem krieg ich mega mal. Dreh dich um, ja? Dreh dich um. Dreh dich um, die Kamera war öfter. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Während ich Pinky in den Arsch schicke, halt die Kamera da auf mich, ja? Während ich die...